Moinsen, liebe Achievement Hunter, euer Susako hier. Ich war letztens mit BigMacPlatin in TDD für Ruhm des Donnernden Schlachtzuglers und heute habe ich den Erfolg genetisch unveränderte Organismen mitgebracht. Er hat bezwingt Primordius, mit einem sehr toller Namen, in der normalen oder heroischen Version des Thron des Donners, ohne dass ein Spieler eine schädliche Mutation erleidet. Der Erfolg geht auch sehr, sehr schnell, ist relativ einfach. Ihr pullt den scheiß Boss und bolzt ihn um. So, im allgemeinen Fall kommen hier Bloops aus diesen ganzen Teichen, Becken, an der Seite nenne ich sie mal und diese, wenn die sterben, hinterlassen eine Pfütze. Wenn man diese Buffs nun frisst, die hinterlassen nämlich auch einen Buff auf dem Spieler, wenn man da halt drüber läuft, mutiert man irgendwann zu so einem Viech wie der Boss und dann habt ihr den Erfolg verkackt. Das heißt, einfach umbolzen. Ihr seht, wie schnell das ging. Der Erfolg ist aufgeploppt. Das war's auch schon. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Abonnieren, kommentieren, liken. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski. Schaut weitere Videos von mir. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Kowski.